Oh Mann, ist das wieder langweilig heute. Ich wünschte, es gäbe irgendwas, was ein bisschen Farbe in dieses Sonnensystem bringen könnte. Hä? Was ist das denn? Also mein detektivisches Gespür sagt mir, dass das entweder gelbe Farbe ist oder Vanillesoße. Scheinbar bleibt mir nichts anderes übrig, als mir das Zeug in den Mund zu stopfen. Mh, lecker! Glück gehabt! Es ist tatsächlich gelbe Farbe! Ernsthaft? Erde? Bist du das? Bist du etwa angemalt? Banana! Aber was ich immer noch nicht so ganz verstehe, wenn du deine Kontinente blau angemalt hast und deine kompletten Meere gelb gefärbt hast, hast du dann nicht die gesamte Lebensgrundlage für die Natur und die Lebewesen auf dir zerstört, nur für diesen Gag? Banana! Oder turgeschoben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zentrum, 2017 Julian? Major! oki